Alarm, es steht ein Notruf an, Feuerwärm und Sam ist unser Mann. Endlich ist es Winter, Charlie. Ja, lass uns was Tolles machen. Ja, wüsste ich schon was. Wie wäre es mit einer Schneeballschlacht? Super Idee, Norman. Schnee liegt ja genug herum. Schau mal, so einen großen Schneeball hast du noch nie gesehen. Schau dir mal meinen an, der ist noch viel größer. Bäh, mitten ins Gesicht. Na warte. Aua, das war ja auch ein Volltreffer von dir. Hier bekommst du gleich den nächsten Schneeball. Pass auf. Norman, was machen wir jetzt? Ich habe da eine Idee. Wir gehen zum kleinen Teich. Das Eis müsste dick genug sein. Hier ist aber eine Menge Schnee. Den müssen wir erst beiseite machen. Ich kann das Eis schon sehen. Super. Wir müssen noch mehr Schnee entfernen. Ja, genau. Ich habe davor eine Schaufel gesehen. Die hole ich. Mit der geht es viel schneller. Bald ist das Eis frei von Schnee. So, gleich haben wir es. Dann können wir später Schlitzschuh laufen. Ist das Eis wirklich dick genug? Ich denke schon. Wir sind ja nicht so schwer. Oh, das Eis knackt. Das Eis gibt nach. Oh je. Hilfe. Ich breche ein. Hilfe. Charlie, komm zu mir. Du musst mir helfen. Ich komme hier alleine nicht mehr raus. Aber wie soll ich dir bloß helfen? Ich will mich auch noch einstürzen. Was mache ich bloß? Ich sende einen Notruf an die Feuerwache vom Sam. Mom, halte aus. Hilfe müsste bald kommen. Der Norman ist im kleinen Dorfteich eingebrochen. Er braucht Hilfe, Sam. Penny, Elvis. Der Norman ist ins Eis eingebrochen. Wie holen wir ihn raus? Der Besen ist zu kurz. Nimm doch die lange Leiter. Penny, super Idee. Nichts wie los. Ganz nah müssen wir mit der Leiter zur Einbruchstelle. Sonst haben wir keine Chance. Hilfe. Mir ist so kalt. Norman, gleich sind wir bei dir. Halte durch. Penny, geh du. Du bist die Leichteste. Bei dir gibt das Eis am wenigsten nach. Hilfe. Mir ist so kalt. Ich habe dich gleich. Halte durch. Ich hoffe, seine Kraft reicht aus. Halte durch, Norman. Norman, nimm meine Hand. Du bist zu weit weg. Ich schaff's nicht. Ich habe dich. Ich zieh dich jetzt raus. Puh, du hast es geschafft. Du hast mich gerettet. Ja, Gott sei Dank. Norman, schön, dass wir es geschafft haben. Das war ganz schön brenzlig. Hurra, ich bin gerettet. Juhu. Danke, Penny. Du bist meine Retterin. Kinder, passt auf. Auch wenn es kalt ist, ist das Eis oftmals zu dünn und kann euch nicht tragen. Unterschätzt das nicht. Aber dann sollst du dir das Feuerwerk rausnehmen. Je Vielen Dank.